Kennt ihr so Leute, die einfach Mitte November anfangen Weihnachtsmucke zu pumpen? Kennt ihr diese Menschen und du fragst dich nur 15. Ne, wie viele Namen haben wir heute? 16. November? Ich glaube ja. 16. November. Weihnachtsmusik. Sehe ich so aus, als ob ich jetzt schon in das Feeling will von Schnee, Kälte und Matsch? Sehe ich so aus? Ja. Nein. So Leute und damit herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Nicht herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe mir gedacht, heute kommen nur ein paar Statements. Und zwar, aber bevor wir anfangen, Steffi, ich habe was ganz, ganz Cooles erworben. Und es macht wirklich nur Sinn zu spielen mit dir, weil wir dieselbe Mutter haben. Und zwar gibt es deine Mutterquartett. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine kleine Partie. Mal gucken, wer den Trümpf hat und wer hier gewinnt. Ich mische einen Kurzwind durch. Super. Ich ziehe einfach jetzt auch mal eine. Warum reibt sich deine Mutter nach dem Aufstehen die Augen? Weil sie sich nicht an den Eiern grauen kann. Hast du gerade meine Mutter beleidigt? Kommen wir nun zur ersten Verankündigung. Sagt man das so? Ankündigung? Verankündigung. Verankündigung. Zum ersten. Ey, die Leute kommen hier nicht drauf, um grammatikalisch irgendwie richtig gebildet zu werden. Sie kommen hier einfach drauf, um sich kurz Scheiße vor mir anzuhören und nach fünf Minuten wieder wegzuschreiben. Kommen wir zur ersten Ankündigung. Und zwar hat mich der liebe Revi, ihr kennt Revi alle. Revi hat mich gefragt, ob ich am 29.01. in Oberhausen dabei bin. In so einer Turbinenhalle heißt es, ich glaube. Das ist so ein Meet & Play Event, wo man YouTuber oder Streamer antreffen kann, ein paar Autogramme von denen bekommen kann oder halt auch ein Foto. Und da habe ich Nein gesagt. Und dann meinte Revi, hey Sascha, da gibt es auch Geld. Wer mich treffen will und einen Autogramm von mir haben will oder ein Foto kommt am 29.01. nach Oberhausen in die Turbinenhalle. Ich werde auf jeden Fall richtig motiviert, heftig am Start sein. Aber jetzt halt die Frage, wer will ein Foto mit mir. Hast du eigentlich schon mal einen heftigen Pickel hier gecheckt? Oh, jetzt ich auch. Der ist richtig heftig, gell? Tickets zu dem Event muss ich da leider noch hinzufügen. Gibt es unten in der Beschreibung, Leute. Greift zu, solange der Vorrat reicht. Das ist ein Event im Link. Das ist kein Link, wo ich irgendwie euer Geld danach habe, sondern es ist einfach nur ein ganz formeller Event im Link, wo ihr die Karten kaufen könnt. Kommen wir zum zweiten Statement. Und zwar habe ich Post bekommen, ja. Aber nicht Post in Form von einer 13.000 Euro Küche. Die Post sah heute mal aus und weist ja ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich Post bekommen von YouTube selber, ja. Der ein oder andere von euch da draußen, der vielleicht einen Kanal selber hat oder der vielleicht ein bisschen größer ist oder der vielleicht einfach nur ein bisschen Ahnung hat, weiß ganz genau, was hier drin steckt. Für die, die es nicht wissen, ich mache das Ganze mal auf. Es fängt an bei einer wirklich richtig schocken Verpackung. Mit hier noch ein bisschen mit Stoff zum Sichern von irgendwas. Dann gab es eigentlich noch einen Brief. Den Brief habe ich aber schon weggeschmissen. Ähm, da schon nur was drin wie Glückwunsch. Und dann kommt das Eigentliche, ja. Leute, ein Trommelwirbel. Ein Trommelwirbel, bitte. Perfekt. Der war, der war jetzt wahrscheinlich richtig geil, oder? Leute, hier drin war der silberne Black-Button für 100.000 Abonnenten. I am the one, don't wait your time, don't need. Ist für meinen Kanal ausgestellt worden. Der Play-Button, der kommt einfach mal zwei Jahre zu spät. 100.000 Abonnenten müsste ich eigentlich ziemlich genau vor ein, vor zwei Jahren erreicht haben. Google, wirklich krasse Leistung. Ihr seid die Besten, was der Schnelligkeit angeht. 100.000 Abonnenten. Den Play-Button einfach mal zwei Jahre später schicken. Ist eine Leistung, die ich sagen muss. Finde ich sehr gut. Ihr hättet mir gleich den Play-Button für eine Million als Vorsorge schon mal mitschicken können. Dann hättet ihr euch das Porto gesp... Oh, jetzt hab ich gerade gespuckt. Dann hättet ihr euch das Porto gespart. Ähm, wirklich nochmal. Ich bin wirklich mit Emotionen gefüllt, wenn ich diesen Play-Button in der Hand halte. Ich glaub, man sieht meine Freunde mir grad einfach nur im Gesicht an. Ich bin nur noch heftig am Überlegen, wo das ganze Ding eigentlich hin soll. In die G-Klasse oder auf die Toilette. Das weiß ich noch nicht so ganz. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wo der Play-Button eigentlich am meisten Sinn macht. Das ganze lösen wir dann auf gar keinen Fall im nächsten Video auf, wo der dann hängen wird. Danke an Google. Wirklich auch Google-Mitarbeiter. Da merkt man halt auch, die sind wirklich schnell. Was auch gerade den Play-Button angeht. Die sind auch gar... Den Algorithmus für die Trends, den kann man gar nicht beeinflussen. Das geht nicht. Wenn Google sagt, es geht nicht, dann kann man es auch nicht. Dass er am McDonald's-Livestream auf Platz 3 von den Trends chillt. Mit 20.000 Dislikes. Es ist normal. Es ist normal, wirklich. Es ist super, wirklich. Deswegen nochmal vielen Dank an Google. Ihr seid wirklich die Besten. Ansonsten war es das eigentlich mit den ganzen Statements. Habe ich noch irgendwas zu sagen?